Mein Telefon wird angezapft. Wieso? Du bist die unwichtigste Person, die ich zurzeit kenne. Schreibe mit. Ich spreche verschlüsselt. Meine Frau und ich waren auf einer tollen Urlaubsreihe. Ich hatte ein wichtiges Meeting. Wo ist nur deine Abenteuerlust? Währenddessen wollte sie sich die landestypische Tierwelt ansehen. Wow. Sind sie geistlos krank? Dabei begegnete sie ein paar Fans. Du bist Turk Enries Frau. Und nun wollen sie mich treffen. Es könnte eine 0815 Entführung sein oder... ...mehr unheilvoller wie eine terroristische Aktivität. Terroristin? Terroristen. Haben wir es Leuten gehört? Von den Homeland-NSA-Metadaten-Erfassungsmaschinen aus dem All. Ich hätte nur die Wahl zwischen Verungern oder dieses gefährliche Leben führen. Als ich gemodelt habe, musste ich auch diverse Mahlzeiten ausfallen lassen. Ich will meine Frau zurück. Bring ihnen ihre Köpfe in den Beutel. Ich will ihre Köpfe nicht in den Beutel. Wo soll ich die denn hin tun? Kühltrank. Mit dem Thema habe ich mich Tag ein Tag ausbeschäftigt. Willi? Willi? Wo soll ich... Dann haben wir aus...